Hi, ich bin David vom Elevator und ich stelle euch heute die Basics zum Thema Synthesizer vor. Dafür habe ich zwei Geräte aufgebaut, einmal den Korg Minilog XD und einmal den Korg Volker FM. Es soll aber gar nicht so sehr um die Produkte gehen, sondern eher um das Thema Synthesizer an sich. Also, was sind Synthesizer? Synthes gehören zu der Gruppe der Elektrofone. Das bedeutet, ein Schallergebnis wurde elektrisch erzeugt und man braucht Kopfhörer oder Lautsprecher, um dieses Schallergebnis wiederzugeben. Das ist anders als bei herkömmlichen Instrumenten, wie beispielsweise der Gitarre. Bei ihr schwingt eine Saite, erzeugt so eine Art Klang und ein Klangkörper verstärkt das Ganze. Das Verstärken bei Synthes funktioniert mit einem eingebauten Amplifier. Ist ein Synthesizer also ein Keyboard? Jein. Es gibt Keyboards, die Samples, also kurze Audiodateien von beispielsweise Klavieren abspielen. Das hat mit dem Thema Synthesizer eigentlich nicht so viel zu tun. Aber es gibt auch Keyboards mit tatsächlicher elektrischer Klangsynthese und da kommen wir dem Thema Synthesizer deutlich näher. Uns stellen sich jetzt viele Fragen. Was muss passieren, dass aus einem Synthi überhaupt ein Ton kommt? Wie können wir diesen Ton verändern? Und wie ist grundsätzlich überhaupt dieser ganze Signalweg? Wie funktioniert das Ganze? Wir verschaffen uns erstmal eine Übersicht. Um das Konzept eines Synthesizers zu verstehen, schauen wir uns den Signalweg mal genauer an. Am Anfang steht der sogenannte Oszillator. Der erzeugt eine Art Schwingung, die später in ein hörbares Signal umgewandelt werden kann. Er ist so eine Art Ausgangspunkt dieser Klangsynthese. Dann kommt der Filter. Der Filter filtert die Signale, die wir eben haben wollen oder auch nicht. Er kann Frequenzen abschneiden bzw. unterdrücken. Nach dem Filter kommt der Verstärker. Er hat die Aufgabe, das noch viel zu leise Signal so zu verstärken, dass es irgendwann sinnvoll an einem Mixer oder Audio Interface ankommt. Und dass wir letztlich auch einen Klang hören. Ganz schön viel auf einmal und ich glaube, wir müssen uns das alles nochmal ein bisschen im Detail anschauen. Keine Sorge, wir schauen uns jetzt die einzelnen Schritte nochmal genauer an. Also, für die Tonerzeugung sorgt ein sogenannter Oszillator. Manchmal auch mehrere. Ein Oszillator erzeugt also eine Schwingung, die eine bestimmte Wellenform hat. Das ist der Ausgangspunkt der Klangsynthese und je nachdem, welche Wellenformen wir jetzt wählen, hört sich dieser erste Sound, den wir kreiert haben, ganz unterschiedlich an. Wir sehen das auf unserem Synthesizer hier. Ich habe den ersten Oszillator, VCO1, angeschaltet hier im Mixer und wir haben hier unterschiedliche Wellenformen. Wir haben beispielsweise hier Sägezahn, das hört sich so an. Dreieck, der wäre so. Wir sehen, das ist auch so ein bisschen abgerundet hier. So eine leichte Sinuskurve, das macht den Sound dann auch nochmal so ein bisschen smoother. Und Rechteck. Also je nachdem, welche Waveformen wir beim Oszillator als Ausgangsklang wählen, hört sich dieser erste Sound sehr, sehr unterschiedlich an. Die Waveform hat also maßgeblichen Einfluss darauf, wie sich dieser Sound als erstes anhört. Viele Synthesizer haben nicht nur einen, sondern mehrere Oszillatoren. Dieser hier zum Beispiel zwei, den VCO2 habe ich für die Anschaulichkeit erstmal ausgestellt. Man kann sich dabei aber vorstellen, dass verschiedene Schwingungen übereinander gelegt werden. Und so werden diese Sounds noch weiter individuell und unterscheiden sich voneinander. Wir haben also mit den unterschiedlichen Schwingungsformen und den unterschiedlichen Schwingungen, die wir übereinander legen können, die unterschiedlichsten Möglichkeiten, einen individuellen und unvergleichlichen Sound zu kreieren. Also, unser Oszillator hat jetzt eine bestimmte Welle erzeugt. Und die können wir jetzt auf verschiedene Arten und Weisen verändern. Wenn wir an unserem Synthi zum Beispiel eine höhere Taste drücken, haben wir einen höheren Pitch. Wenn wir eine niedrige Taste drücken, haben wir einen tieferen Pitch. Im Diagramm sieht das so aus. Also, beim oberen Diagramm ist die Frequenz ein wenig geringer. Unsere Welle ist ein wenig gestreckt. Wenn wir jetzt einen tiefen Sound spielen, dann sieht es also eher so aus wie im oberen Diagramm. Spielen wir einen höheren Sound, also eine höhere Taste, sieht das aus wie im unteren Diagramm. Wo wir gerade schon bei Physik sind. Lautstärke hat damit auch zu tun. Je weiter unsere Amplitude ist oder je größer unsere Amplitude ist, was im Grunde genommen bedeutet, wie sehr unsere Welle ausschlägt, desto lauter ist auch die Lautstärke bzw. unser Pegel. Also merken wir uns, wenn die Welle sehr sehr stark ausschlägt, ist unser Signal auch sehr sehr laut. Wenn die Welle nicht so stark ausschlägt, dann ist unser Signal auch leise. Okay, nun wissen wir, wo unser Ursprungssound eigentlich herkommt, nämlich vom Oszillator und was Amplitude und Frequenz mit unserem Sound machen, nämlich Pitch und Lautstärke. Der nächste Punkt wären Filter. Filter sind wichtig, um verschiedene Frequenzbereiche entweder herauszufiltern bzw. abzuschneiden oder zu unterdrücken. Wir sehen das hier im Diagramm. Beim oberen Diagramm ist es so, das wäre ein ganz normaler Low-Pass-Filter, also die niedrigeren Frequenzen wären durchgelassen, der Sound wäre etwas tiefer und beim unteren Diagramm wäre es so, dass wir zusätzlich einen kleinen Zipfel haben, also einen veränderten Low-Pass-Filter, der noch so ein paar Obertöne mit durchlässt. Je nach Sinti haben wir die unterschiedlichsten Filterfunktionen und wir können die unterschiedlichsten Frequenzbereiche entweder herausfiltern oder eben nicht. Da gibt es unendlich Möglichkeiten. Bei unserem Sinti hier haben wir zum Beispiel einen Low-Pass-Filter, Cut-Off und wenn wir jetzt irgendwie mal ein paar Tasten drücken und uns das Ganze irgendwie mal hörbar machen wollen, dann merken wir auch den Unterschied recht schnell. Je höher also der Cut-Off eingestellt ist, desto mehr obere Frequenzen bzw. Hochtöne sind mit im Sound. Wenn ich den jetzt runterdrehe, dann wird das immer weniger und der Sound wird immer tiefer bzw. enthält immer weniger Obertöne. Es gibt aber wirklich die unterschiedlichsten Funktionen und die unterschiedlichsten Filter. Also gibt es genauso auch High-Pass-Filter oder Band-Pass-Filter. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, deinen Sound mit Filtern zu individualisieren. Aber das gibt dir glaube ich schon mal einen grundlegenden Überblick, was ein Filter überhaupt ist und was ein Filter machen kann. Unser Sound hat jetzt den Filter durchlaufen. Also das Signal, das im Synthesizer erzeugt wird, war jetzt erst mal vom Oszillator erzeugt. Dann ist es durch den Filter gelaufen. Wir haben jetzt bei unserem Sinti hier tatsächlich nochmal einen Mixer zwischen geschaltet, wo wir einstellen können, ob wir den zweiten Oszillator dazu nehmen oder eben nicht. Und jetzt geht es hier in diese Amp-Section. Amp, wofür steht das? Amplifier. Das hatten wir am Beginn schon einmal in unserem Signalweg. Der Amplifier sorgt im Grunde genommen dafür, dass das Signal, was wir bis dahin erzeugt und verändert haben, etwas aufgedreht wird. Unsere Amplitude, das wissen wir auch noch vom Anfang, wird also ein bisschen höher eingestellt. Das ist eigentlich gar nicht so spannend. Hier wird einfach nur der Sound für den weiteren Signalweg nutzbar gemacht. Die Sounds, die bis hier so irgendwie gemacht wurden bzw. die wir hier erzeugt haben, die müssen ein wenig lauter gemacht werden bzw. der Pegel muss ein wenig höher gemacht werden, damit das Ganze in einem Mixer bzw. Audiointerface auch sinnvoll ankommt und weiterverarbeitet werden kann. Wir wollen unseren Sound jetzt weiter individualisieren. Dafür schauen wir uns den Faktor Zeit an. Jetzt gibt es da sowas, das nennt sich Verstärker-Hüllkurve. Eine Hüllkurve, die auf den Phasen. Attack, Decay, Sustain und Release. Ganz links in dieser Kurve ist der Punkt, wo wir das erste Mal eine Taste drücken. Und je höher die Kurve ist, desto lauter ist auch unser Tonsignal. Wir sehen das hier an unserem Sinti. Wir haben nämlich hier in dieser Amp-Section diese verschiedenen Phasen als Drehregler eingebaut. Das heißt, wir machen das mal am Beispiel des Attacks. Wenn wir diesen Attack jetzt ganz niedrig haben, wie wir das jetzt gerade haben, dann geht der Sound direkt los und direkt lautlos, sobald wir eine Taste drücken. Wenn wir aber den Attack ein bisschen aufdrehen, dann hören wir so einen leichten Fade-In. Und das macht natürlich viel mit unseren Sounds. Das Ganze wird also ein bisschen smoother. Spielt da einfach ein bisschen dran rum. Also diese verschiedenen Phasen sind ganz, ganz wichtig, um euren individuellen Sound am Sinti auch zu kreieren. Decay ist direkt die Phase nach dem Attack. Das bedeutet, wir halten diese Taste noch gedrückt. Wie verhält sich dieser Sound in der Lautstärke direkt nach dem Attack? Sustain, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Klavier. Wir halten eine Taste gedrückt und trotzdem wird das Signal leiser. Das können wir hier auch einstellen. Und Release, das ist die Zeit, wenn wir die Taste loslassen, wie verhält sich dann die Lautstärke. Also nach dem Sustain der Release haben wir eine Taste gedrückt und die Release-Zeit ist ziemlich hoch. Wir können das hier mal ausprobieren. Dann halt das Ganze nach, obwohl wir diese Taste gar nicht mehr gedrückt halten. Hüllkurven müssen aber nicht nur auf den Verstärker wirken. Die können auch einfach auf die verschiedensten Parameter unseres Sintis wirken. Ein Beispiel dafür ist der LFO, Low Frequency Oscillator. Ein weiterer Oszillator, das ist im Grunde genommen eine Hüllkurve, die auf verschiedene Parameter auf unserem Sinti wirken kann. Also zum Beispiel auf einen Filter oder auf einen Pitch. Ich habe das Ganze hier mal einmal voringestellt. Ziel ist jetzt hier Pitch. Und diese LFO, diese Hüllkurve, die können wir mit unserer LFO-Rate, mit unserem LFO-Rate-Drehregler verschieden einstellen. Mit Int können wir zum Beispiel die Intensität einstellen. Also das heißt, wenn wir hier bei Int ein bisschen höher aufdrehen, dann hören wir schon, der Sound verändert sich. Parameter war Pitch, das hat man glaube ich auch gut gehört. Bei Rate können wir dann, wie gesagt, nochmal einmal diese Art und Weise, wie schwingt diese LFO einstellen. Das heißt, wenn wir die Rate höher machen, dann können wir hören, dass die Frequenz dieser Hüllkurve, die darauf wirkt, auch höher ist. Also... So können wir richtig individuelle Sounds herstellen und der LFO hilft auf jeden Fall bei der Individualisierung deines Klangs. Also nochmal zusammenfassend zu diesem LFO, beziehungsweise zu dieser weiteren Modulationsmöglichkeit. Ein LFO kann auf alle möglichen Parameter wirken. Das ist so ein so, als hätte man eine zusätzliche Hand, um irgendwelche Regler zu drehen. Und der wirkt einfach dann dauerhaft über die Zeit, je nachdem, ob du ihn eingestellt hast oder halt nicht. Und wie du ihn eingestellt hast. So, wir haben uns jetzt bestimmte Bereiche auf diesem Signalweg genauer angeschaut. Also den Input, Oszillator, Filter, Amplifier, Modulationsmöglichkeiten und das Ganze wird dann als Output in eine Audiodatei verpackt, beziehungsweise geht dann in ein Audiointerface oder Mixer. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Im Synthesizer ist ein Oszillator. Bei ihm kannst du einen Ausgangssound wählen, beziehungsweise eine Wellenform. Welche Frequenzbereiche, also Ober-, Mittel- oder Untertöne, du hören willst, entscheidest du mit deinem Filter. Den kannst du individuell einstellen. Der Amplifier, der verstärkt dann das Signal, so dass es danach auch hörbar gemacht wird, beziehungsweise sinnvoll weiterverarbeitet werden kann. Diese Verstärkerhüllkurve, die wir besprochen haben, die bestimmt den Pekel im Zeitverlauf. Attack, Decay, Sustain, Release. Und mit dem LFO und weiteren Hüllkurven kannst du deinen Sound weiter individualisieren. Also, zu guter Letzt bleibt uns zu sagen, es gibt wirklich die verschiedensten Arten von Modulationen bei Synthesisern, aber auch die verschiedensten Arten von Synthesisern. Es gibt digitale und analoge, die unterscheiden sich nochmal stark, besonders auch in der Klangsynthese. Bei Analogen ist es zum Beispiel so, dass wirklich im Gerät direkt elektrisch mit dem Oszillator einen Sound erzeugt wird. Und auch bei den Digitalen gibt es Riesenunterschiede. Es gibt sogar Software-Synthesizer. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in eurer DAW, beziehungsweise euer Musikprogramm, einen Synthesizer als Software einbetten könnt und dort diese ganzen Regler und Möglichkeiten zur Veränderung von Klängen hat. Ich habe euch nochmal was mitgebracht. Der Cork Volker FM, der sieht nochmal ganz anders aus als der Synthi, den wir uns gerade angeschaut haben. Und daran lässt sich einfach nochmal dieses Individuelle so ein bisschen zeigen. Also, wir haben keine ganz normale Tastatur. Wir haben einen ganz unterschiedlichen Aufbau. Wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das Ding zu spielen. Und man könnte im Grunde genommen ein unfassbar langes Infovideo über jeden einzelnen Synthesizer haben. Aber keine Angst vor dem Thema. Ihr kommt da schon klar. Probiert euch einfach aus und das macht auf jeden Fall viel Spaß. Kreiert euren individuellen Sound. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. David vom Elevator. Bis zum nächsten Mal.